Ähm, kann ich nur mal hier eben ein paar Gespräche machen, weil ich sehe, Dragomy ist noch nicht so weit. Also gucken wir mal eben schnell rein. Wenn das nur die Klaue ist, möchte ich nicht der Kreatur begegnen, der sie gehört. Wie habt ihr solch eine Bestie gejagt? Stellt euch das vor. Ohne den Krieg gäbe es keine andere Herausforderung als schlaffe Akrolyten und verrückte Eremiten. Ohne den Krieg!